Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, wenn sie mich finden, endet das Video. Und ja, das ist derselbe Aufnahmetag wie vom letzten Mal, deshalb sind auch dieselben Personen wieder mit dabei. Und Sabina, Hanna und Cornelia sind auch wieder am Discord. Ja, hi. Sabina, du stehst in deinem Pferd. Genau, und ich würde sagen, wir fangen einfach an, ihr kennt die Regeln, und ja. Und es geht los, ich bin wieder auf der Flucht hier. Und da es in dem letzten Video nicht so ganz so gut lief, habe ich mir auf jeden Fall jetzt was überlegt. Und zwar werde ich jetzt hier hinfahren. So, da hin. Und die anderen können dann gleich wieder anfangen. Es triggert mich voll, dass du immer hier hin oder da hin sagst. Ja, soll ich sagen, ich fahre jetzt nach Veldin oder so, oder bist du ja direkt, wo ich hinfahre. Naja, aber es kann nicht fahren. Ja, das stimmt. So. Okay, ich probiere nicht wieder, ihr abseits aufzuhalten. Gut. Naja, du kannst ja sagen, ich fahre jetzt zu diesem Ort. Das triggert mich nicht so. Ich fahre jetzt hier hin. Ja, warum auch nicht? Das Dida hat mich irgendwie voll an das Lied erinnert. Ist das Dida, Dida, oder was? So, ihr könnt jetzt übrigens starten. Ich bin irgendwie immer die Erste, die losrennt. Wahrscheinlich seid ihr eh schon alle gestartet, so vorzeitig. Aber, ja. Könnte ich mir schon vorstellen. Kann man ja mal machen, ne? Ich hab auf jeden Fall eine Idee am Anfang erst mal. So, Leute. Wir suchen jetzt. Und diesmal warte ich ein bisschen länger, bis ich den ersten Tipp gebe, damit ihr euch erst mal alle verteilt habt. Ein bisschen. Das ist gemein. Ein bisschen. Ich kann doch gerne Joey mitnehmen. Der haut dir dann eins mit dem Baseballschläger über. Ich such jetzt. Ne, ich sag nicht, wo ich suche, sonst wenn er da ist, dann... Ey, wenn er mich jetzt wieder so schnell findet, dann weiß ich auch nicht. Das kann er einfach nicht, also... Ey, es ist gerade jemand gerannt, ne? Einer, der das Rennen macht. Und ich dachte, das wäre Leon. Okay. Obwohl er auf... Er wie es auf Nürnitano war. Oh nein. Der hat lange warten. Das geht nicht. Bei Fabiana, glaube ich, auch nicht. Oh, naja. Dann müsst ihr kurz warten. Kann ja sein, dass es kurz lag. Ich musste den Tipp aber früher geben. Ne, alles gut. So, ich würde sagen, der erste Tipp kommt gleich. Toll, jetzt fahre ich dann wahrscheinlich... Wenn ich ausgeregt bin, vielleicht wenn ich weiß, wo du bist, und dann da hinlaufe, dann werde ich abgeholt mit dem Transporter jetzt da, wo ich hinfahren wollte. Und zwar ist der erste Tipp, dass ich eine GD-Baustelle sehe. So viele gibt es nicht, oder? Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Ich glaube, ist gut. Aber wenn ich wirklich weiß, ist besser. Ich habe aber trotzdem Angst. Übrigens, es gibt mehrere Orte, wo Rhein-Räben sind, weil am New Hillcrest Stallwahn sind auch Rhein-Räben. Echt? Sicher? Ja. Ähm, ja. Hä? Ähm, okay. Hä, wusste ich gar nicht. Also, an der Sturmfarm sind welche, und dann war ich gut, aber ansonsten? Ja, da sind auch welche. Okay, wusste ich gar nicht. Muss ich mal an mir anschauen. Ich habe gerade vergessen, wo ich hinfahren wollte. Super. Ich wünschte, ich könnte vergessen, dass ich Hunger habe. Ich habe so Hunger. Oha, Chloé hat sich einfach ausgelockt. Oha, Chloé hat sich einfach ausgelockt. Super. Nett. Ja. Oh, ich habe mir einen Sucher weniger, umso besser für mich. Oha, oha. Leute, ich bin gerade wohin gefahren, aber ich bin gerade wohin gefahren, aber es hängt so sehr, dass ich nicht dahin gefahren bin, wo ich nicht hinfahre. Ich hoffe mal, das geht gleich wieder. Oha, hier geht es da, Nico, ja. Sorry, jetzt kann ich da hinlaufen, obwohl ich meine Jorvik Schilling ausgegeben habe. Dankeschön. Oh, Mann. Du wirst, nach einer Zeit wirst du dann abgeholt und dort wieder fahren. Ich weiß, Leute, ich habe gerade jemanden gesehen mit dem selben Quarzer, beziehungsweise Apalutikäon. Okay, es ist, glaube ich, gleich Zeit für den nächsten Tipp. Der Weg ist so weit und jetzt muss ich da hinlaufen. Es ist so, ich habe... Oha, okay. Ähm. Böses SSO. Oh Gott. Der nächste Tipp ist, dass... Hm. Guter Tipp, guter Tipp. Mit dem Himmel, die kann ich... Der nächste Tipp ist, dass ich gleich an einem Ort bin, an dem viele magische Dinge passieren. Ah. Das hätte Angst. Oh Gott, war das zu gut? Ja. Gott, ich habe Angst. Hä? Wo passen denn magische Dinge außer Pandoria? Pandoria darf er ja nicht. Hä? In Jorvik passieren auch magische Dinge. Oh, Pandoria wäre schon cool, wenn wir mit Pandoria machen würden. Auch magische Dinge. Kannst du vergessen. Kannst du vergessen, dann mache ich Schmild. Das einzige magische hier passiert in meinem Kopf. Genau. Genau. Ich werde einfach nicht, ich werde einfach nicht transportiert nach Jorleheim. Okay. Ich habe mich nach Jorleheim fahren lassen, aber ich werde nicht transportiert. Ja, oh nee. Oh Mann, okay. Ich hoffe mal, das geht gleich wieder. Ey, jetzt können wir den ganzen Weg zum Zirkus, ich renne mich jetzt zum Zirkus. Schön, dass du es sagst. Ah, grandios. Ist mir egal. Ihr habt das letztes Mal, habt ihr ja auch gesagt, wo ihr gerade seid, wo ihr sucht. Ja, könnt ihr ruhig sagen. Ich habe Datenschutz gesagt. Ich habe Datenschutz. Oh Mann. Leo, könnt ihr ruhig sagen, dann kann er nicht wegrennen. Oh, der Klo hat sich wieder eingeloggt. Ha, so viel zum Thema 1, super weniger. So, jetzt habt ihr wieder einen mehr. Und, ähm, kann man hier lang? Oh Gott. Ich glaube nicht. Uiui. Wartet, hier muss man lang können. Ich werde einfach nicht transportiert. Ich werde einfach nicht transportiert. Wir haben es verstanden. Ich hoffe mal, es geht dann gleich wieder. Ah doch, hier kann man lang. Perfekt. Jetzt muss ich den ganzen weiten Weg laufen. Leon, jetzt hast du Pech. Jetzt habe ich genug Jorvik Schillinge, um mich zu teleportieren. Teleportieren, alles klar. Äh, teleportieren. Ich bin voll in Minecraft. Sabina teleportiert sich kurz. Sie wirft eine Enderperle für Jorvik Schillinge. Ja, ich sag. Sag doch, im Minecraft-Kopf passieren nur magische Dinge. Leute, rest in peace an die Däne-Mein-Kerz. Gut, es ist, glaube ich, gleich Zeit für den nächsten Tipp. Und zwar, bin ich an einem Ort, an dem es viele Ruhnsteine gibt? Nope. Du bist ja viele Ruhnsteine. Oh, ich glaube, ich weiß, wo du bist. Ich glaube, du machst mir gerade schon wieder Angst. Aber ich komme nicht nach, dass man dauernd bis ich angekommen bin, weil mein Transporter funktioniert. Das heißt, wir könnten dir immer Angst machen, wenn wir sagen, ich weiß, wo du bist, auch wenn wir es nicht wissen. Theoretisch schon. Oha, Leute. Oha, ich glaube, ich bin gleich nett. Ich weiß, wo er ist. Oh oh. Na ja, okay, das war auch nett. Ich fass mich gerade an das Teletappi. Oh oh, Ena. Oh oh. Guck mal, ich fass mich an. Oh Mann. Abholen konnte ich nicht. Aber ich werde trotzdem nicht. Aber jetzt sagt mir aber was anderes. Wenn ich nicht teleportiert sagen darf, was soll ich dann sagen? Fahren. Ja. Ja, ich fahre aber nicht selbst. Dann Transporter fahren. Dann lässt du dich transportieren. Keine Ahnung. Oh, dann kommt mir vor wie so eine Ware, Alter. Oh mein Gott, mir kam halt jemand entgegen. Oh mein Gott, ich dachte gerade. Oh mein Gott, ey. Ich kann den Transporter auch nicht mehr auswählen. Ich auch nicht mehr. Ich laufe gerade an den Ort, wo ich denke, dass du bist. Oh mein Gott, das ist echt ernst. Jetzt muss ich nur durch ganz Jorvik latschen, oder was? Gut, es gibt gleich den nächsten Tipp dann. Ich muss jetzt spielten. Ja, ich muss durch ganz Jorvik latschen. Ja, ich kann da leider auch gerade nichts machen. Also ich hoffe nur, dass es bald wieder geht. Ja, ich weiß, dass du nicht machen kannst. Was sollst du denn machen? Star Stable anschreiben. Ja, ich schreibe kurz Star Stable an. Die antworten dann so in drei Wochen. Ja. Ne, drei Wochen dauert es nicht. Ja, aber ich meine halt, trotzdem bringt es mir nicht, wenn ich jetzt Star Stable anschreibe. Die könnten das so schnell eh nicht beheben. Selbst wenn es kurz lag, wird es schon irgendwann behoben werden. Also ich hoffe mal, das geht gleich wieder. Ich finde die komischen Drücken. Ja, aber wenn ich, dann werde ich transportiert, wenn ich es nicht will. Mann. Nehmen wir weiter Ruhe. Okay, der nächste Tipp ist, dass, ähm. Ich sehe da gerade jemanden aus meinem Haus sehr krass. Oh mein Gott, ich dachte gerade. Der nächste Tipp ist, dass ich an einem Ort bin. Ähm. Ich wollte gerade was sagen, aber ich kann das halt nicht sagen, weil dann wisst ihr direkt, wo ich bin. Ach, du bist ja in einem Ort. Was hättest du jetzt nicht gesagt? Ich bin an einem Ort, genau. Genau, genau. Ne, ich bin an einem... Oh mein Gott, ich sehe eins bauen. Ich bin, also ich gebe euch den Tipp jetzt mal im Voraus, ich bin gleich an einem Ort, wo eine große Baustelle ist. War der wieder zu gut? Ich glaube schon. Ja. Es gibt mehrere Baustellen. Ja, aber eine große Baustelle. Es gibt eine. Der gibt's in New Hill Chris und da bei dem Rheingarten Dingens. Ne, es gibt auch noch woanders. Nein. Nein. Ein, eine. Ja, glaube ich, bin ich jetzt hier falsch. Gute Deutsch. Ich springe einfach von der Brücke, Schlussende aus. Nein, ich bin echt runtergefallen. Alles klar, Sabrina. Die Saat, die fliegt nicht um. Nein. Oh, da ist ein Vogel. Das ist die Pizza, die. Du darfst euch eine andere Reitlehre und so. Ja, leider, aber du bist so gut. Nein. Ich seh Fabiana. Oh mein Gott. Ich seh kein. Ich seh, da wo ich grad bin, ist eigentlich gar nichts los. Obwohl hier eigentlich immer viel. Da wo ich grad bin, sind Bäume. Ich hab auf jeden Fall grad Panik. Ja, ich bin gläume. Bester Tipp. Vor allen Dingen, wir geben Tipps, obwohl wir keine Tipps geben sollen. Okay, ja, ja, es ist eh gleich Zeit für den nächsten Tipp. Und zwar... Und zwar... Sie alle können die Transporter nutzen, ne? Ich muss jetzt überall... Okay, geht das immer noch nicht? Nee, ich wurde immer noch nicht transportiert. Und das ist vor fünf Minuten. Und bei den anderen? Geht's bei den anderen? Nein, ich transportier mich nicht, weil ich weiß, dass es eh nicht geht. Ja, okay. Wenn's dann geht, während wir aufnehmen, werde ich nicht urplötzlich transportiert. Ja. Leute, jetzt wurde ich nach Firgrove transportiert. Super. Wow, super. Da wo ich dachte, wo er ist, ist er nicht. Okay, der nächste Tipp ist... Da hast du noch einen Haken da mit... Oh Gott. Oh, Janie Slovin war auch kurz offline, okay. Oh, hab ich gar nicht mehr. Oh mein Gott, er kam kein Spiel lang. Ja, Blitzmerker. Oh mein Gott, du Blitzmerker. Ach, Leon, du kamen Spieler? Ja, ich wusste gar nicht, dass da ein Spieler... Der nächste... Der nächste Tipp ist, dass ich... Ähm... Warte kurz. Ich bin der Baby. Dass ich eine Wassermühle sehe. Eine was? Eine was? Wassermühle. Gibt's denn eine Wassermühle? Eine Mühle, die mit Wasserkraft angetrieben wird. Wo gibt's denn bitte eine? Gibt, glaub ich, nur... Ah doch, gibt zwei. Ich bin scheißdruck, ich... Nee, es gibt drei in SSO, es gibt drei. Ja, wo denn? Ich glaub, es ist... Also eins, eins weiß ich, mein neuer Job ist garantiert nicht Navi. Aber es gibt drei Wassermühlen. Oh, wo? Ja, wo ich glaub's denn... Ja, danke schön, Pferd, dass du wieder überall gegenlatscht. Oh, dann fährt ihm ein Tipp Leon. Irgendwie traut Karin nicht den Transporter zu benutzen. Und ich trau mich gerade überhaupt nicht Tipps zu geben. Ja, aber erst in ein, anderthalb Minuten, ja, fast. Ich bin jetzt hier in Firgrove, weil mich der Transporter jetzt 80 Stunden dahin gebracht hat. Und dann schreit sie so los, und ich krieg einfach... Ich hab Hunger. Also ich weiß, dass es... Jetzt werd ich transportiert! Oh mein Gott! Jetzt werd ich transportiert! Oh mein Gott! Ich war grad schon so, richtig... Und dann schreit sie so los, und ich krieg einfach... Oh mein Gott! Leute, bitte! Oh mein Gott, ey! Leon, das war ein Mordanschlag auf dich, weil sie dich nicht mehr hören wollen. Äh? Ich bin grad so... Oh Mann! Anschlag auf ihn! Nein, die Szene noch von Pizza! Ich wollt doch grad noch von Pizza! Ich werd mich grad am liebsten in nem Baum oder so verstecken. Aber nein, okay. Okay. Zeig für den nächsten Tipp. Oh, Leon, der Buschmensch! Leon hat den ganzen Fakt bekommen, weil ich losgeschrieben hab. Der nächste Tipp ist, dass ich eine alte Mine sehe. Och, ich... Ich weiß, wo er ist! Okay, das ist kritisch. Das ist kritisch, oh. Es gibt halt wenige Minen in... Den Transporter geht nicht, ich häng fast. Ja, ich bin auch festgehandelt. Ich will dir weg. Hallo, ich will dir weg. Danke, esse so. Oh mein Gott. Mein Pferd... Mein Pferd hängt einfach im Transporter drinnen. Oh mein Gott, ich hab immer noch so erhöhten... Ich dachte grad, du sagst, wo du bist, weil du gesagt hast, ich bin in. Nee, nee. Das wär ja nicht der Sinn der Sache. Naja, okay. In einer Minute kommt dann auch schon der nächste Tipp. Und ich muss probieren, hier so schnell wie möglich wegzukommen. Mann, ich... Ich werd nach fünf Stunden teleportiert. Du sagst das alle drei Minuten, sorry, aber ich kann da auch nichts gegen tun. Ich weiß, aber ich dachte, ich wusste, wo du warst. Also ich dachte, ich wusste, wo du warst. Dann sag, wo du dachtest, wo ich war. Genau, als ich fast da war, wurde ich einfach teleportiert. Ich weiß, wo er ist, an welcher alten Mine. Oh mein Gott, nein. Doch, ich weiß es. Oh mein Gott, beeil dich, sonst komm ich mit dem Baseballschläger. Ich hab auch grad ne Wasser... also so ne Wassermühle gesehen. Jetzt weiß ich auch, wo ne alte Mine ist. Ich wollt nämlich ursprünglich zu den Morlern stellen, aber die Mine geht ja noch. Dann ist man grad so, ah, es gibt doch ne alte Mine. Oh mein Gott, das macht mir Angst. Ich weiß auch. Ich meine, Sabrina schlägt dich ja auch immer mit dem Baseballschläger ab, wenn ihr bei Dressur was falsch macht. Ich weiß auch, wo er ist. Ja, versuch ihn von, äh, er schreibt's im Clubchat, äh, im Clubchat, genau. Wobei, er guckt ja nie im Clubchat hin. Schreibt's vielleicht in die, in die Gruppenchat. Weil da sind schon Sabina noch, äh, Cornelia und ich noch drinnen. So. Ich muss halt hier so schnell wie möglich probieren, wegzukommen, wenn ich es dann mal schaffe. Äh, okay, ich geh einfach wieder zurück. Hier ist ne Sackgasse. Okay. Nein. Nein. Immer noch? Oh mein Gott, nein. Was hab ich gemacht? Gut, ich kann mich gerade aus speziellen Gründen nicht an die Regel halten, dass ich immer in Bewegung sein muss, weil ich wo reingefallen bin. Aber ich probier so schnell wie möglich hier rauszukommen. Also. Ist es eventuell in der Nähe der Mine? Ähm, vielleicht. Tja, weil da bin ich jetzt gerade. Sabi schreibt... Ich muss hier halt irgendwie... Warte mal, wie komm ich hier weg, ohne mich abholen zu lassen? Oh Mann. Probier's. 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 Und der nächste Tipp ist jetzt einfach in einer Minute, damit ich jetzt erstmal eine Chance habe, hier wegzukommen. Und ich würd sagen... Ich überleg mir aber schon mal einen Tipp. Genau, genau. Und ich häng schon wieder. Aber nicht so... Ich glaub die Aufnahme. Ich glaub die Aufnahme geht schon über eine halbe Stunde. Nein. Viertelstunde. Ungefähr. Keine Ahnung. Ich muss gleich... Ich muss mich wieder bewegen. Okay. Ja, dürft ihr. Also. Gut, dann gebe ich euch jetzt schon mal den nächsten Tipp. Und zwar bin ich... Oh. Schon wieder irgendwo runtergefallen. Oh mein Gott. Ich dachte grad ich überlebe. Das wär grad so wieder der Fail gewesen. Ich bin in einer Umgebung, wo es viele Berge und Schluchten gibt, wo man reinfallen kann. Ui. Ich glaub der Tipp war gut, oder? Also ich bin hier grade irgendwo in Perk Grove. Aber ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Ich f*** ab. Es gibt überall auf Jorvik... Also es gibt an mehreren Stellen eigentlich solche Orte. Ja, ich weiß. Ich... Ich weiß nicht mehr, wo ich hin soll. Ich... ich geb auf. Ja, warum? Such einfach weiter. Wenn du Glück hast, renne ich dir irgendwie in die Arme oder so. Äh... Ich such... Ich such jetzt so lange, bis ich auf... Also... Ich muss da gleich in 10 Minuten aufhören. Ja, also... So lange wird es bestimmt nicht mehr dauern, bis ihr mich habt. Die Tipps werden ja auch immer besser. Und ich würd sagen, der nächste Tipp kommt in anderthalb Minuten. Und der Tipp danach wird dann echt gut. Also... Oh mein Gott, da rennt jemand. Ähm... Aber nicht ich, oder? Okay, ich glaub nicht, oder? Oder? Ich hab Angst. Nein. Weil das ist ein anderes Pferd, kein... Ähm... Ich dachte schon. Nein. Stimmt. Oh Gott. Ich glaub, das war das Pferd, das von Halloween. Aber das kann... Gut, dann... Der nächste Tipp ist, dass ich... Einen großen Wasserfall sehe. Oh mein Gott. Oh, oh, ich glaub ich... Ich glaub ich bin da... Also mit dem Tipp vorher im Zusammenhang war das, glaub ich, echt gut, oder? Hm. Kann man hier... Oh Gott. Hilfe. Ah, ich schaff's. Okay. Wo geh ich jetzt am besten lang? Okay. Hier in Whaleale ist er nicht am... 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 Okay. Weil der Weg jetzt auch hingefahren. Ja, ich bin nämlich grad in Whaleale. Aber vielleicht ist er ja in Whaleale-See. Stimmt. Oh nein, ich bin in Perk Grove, gleich in Dundal. Ich hab grad... Oh Gott, ich glaub da sucht auch grad jemand. Ich nehm grad die allergrößten Schleichwege, die es gibt da so. Ich hab grad echt mega die Panik. Okay. Gut, der nächste Tipp... Ja, ich will den jetzt schon mal gut machen, damit ihr eine gute Chance habt. Und zwar der nächste Tipp ist, ich bin in einem großen Waldgebiet. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich geb den Tipp und wurde direkt gefunden. Ich seh dich! Ich seh dich, du Lappen! Sabina! Ich seh dich, du Lappen! Auf Service! Ich seh dich, du Lappen! Sie sind nie auf dynamics in Ruhe. Aber jetzt spielen sie in Ruhe, gleich in Rarle. Okay, könnt ihr den sichern! ökull dich doch zu machen!